Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Bei mir wird es gehen um YouTube und die politische Macht, die YouTube auch hat. Oder die YouTuber haben. Rezo, 16 Millionen Klicks. Das Video haben ja sehr viele Leute gesehen. Und da hat man erkannt, YouTuber haben durchaus Einfluss, haben durchaus Relevanz. Und ich möchte so ein bisschen auch mit den Schülerinnen und Schülern darüber diskutieren, ob man das in irgendeiner Form begrenzen sollte, ob man Regularien finden sollte oder ob sie sagen, nee, ist eigentlich alles gut, wie es ist. Und das sind ja auch Themen, die gerade in der Politik sehr diskutiert werden. Guten Morgen! Hallo! Hallo! Ja, ich bin mein Vertretungslehrer heute. Ich bin der, hatte gehofft, ich muss nie wieder in meinem Leben etwas an einer Tafel schreiben, aber bitte duzen. Mirko soll das heißen. Mirko Drotschmann. Freut mich sehr, dass ich heute hier sein kann bei euch und ein kleines bisschen mit euch sprechen kann. Ich saß ziemlich lange auch genau hier, also in dem Zimmer und drüben und oben und so weiter und so fort. Ich war hier auch an der Schule eine ganze Weile. Aber ich bin heute hier, um euch so ein bisschen was zu erzählen. Ich habe es ja schon mal so an die Wand geworfen über YouTube als heimliche politische Macht. Klingt jetzt vielleicht so ein bisschen hochgestochen, aber was ich gerne machen würde, ist euch erstmal so ein bisschen allgemein was über YouTube zu erzählen, wie die Plattform vielleicht auch hinter den Kulissen tickt, warum YouTube so erfolgreich ist und dann auch, ja, welche politische Wirkung YouTube inzwischen hat. Wer von euch hat das Rezo-Video gesehen? Fast alle. Wer von euch hat es bis zum Ende geguckt? Oh, okay. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber das war ja so das große Thema, wenn es um YouTube und Politik geht dieses Jahr, dass halt plötzlich auch Politiker gemerkt haben, oh, bei YouTube, da gibt es ja relevante politische Inhalte. 16 Millionen Klicks sind es ja inzwischen und darüber würde ich gerne ein bisschen mit euch sprechen und euch auch so die Schattenseiten zeigen, die YouTube mit sich bringt, gerade wenn es um Politik geht, Falschmeldungen, Hassrede und solche Dinge, auch das wäre so ein Thema. Ihr könnt natürlich zwischendurch auch Fragen stellen, wenn ihr was wissen wollt. Ich frage euch manchmal auch was und am Schluss sind wir hoffentlich alle ein bisschen schlauer. Und wenn nicht, dann gebt ihr mir eine schlechte Note, aber das ist so der Plan für heute. Also es ist ja auch klar, YouTube ist inzwischen so das, man sagt Leitmedium, das wichtigste Medium für eure Generation. Ich habe hier meine Studie mitgebracht, das ist die Gym-Studie, die ist im vergangenen Jahr wieder erschienen. Jugendinformation Medien ist die Abkürzung ausgeschrieben. Und da seht ihr, wenn es um die liebsten Internetangebote geht, dann ist YouTube auf Platz 1 bei den unter 20-Jährigen mit Abstand. Und was echt interessant ist, noch weit vor WhatsApp, also fast doppelt so viele, das ist hier auch nach Jungs und Mädchen unterteilt. Jungs sind die dunkelgrünen, Mädchen die hellgrünen. Also das heißt, YouTube wird von fast doppelt so vielen Mädchen benutzt wie WhatsApp, was natürlich schon sehr bemerkenswert ist. Zum YouTuber-Dasein gehört es auch in den Maschinenraum zu gucken. Und das ist eine Sache, die ich euch jetzt gerne zeigen würde und die auch schon mal so ein bisschen einen Einblick gibt, wie man Leute mit beeinflussen kann tatsächlich, weil man bei YouTube sehr viel über seine Zuschauer weiß. Was ich mir nämlich hier angucken kann, sind die sogenannten Analytics, die Analysedaten von YouTube. Und da kann ich mir zum Beispiel angucken, wer sind denn eigentlich meine Zuschauer, wenn ich hier auf Demografie klicke. Und da seht ihr dann, dass ein Großteil der Leute, das ist diese leicht türkise Farbe, männlich ist und nur ein geringerer Teil weiblich. Das ist schon mal interessant für mich zu wissen, wenn ich die Videos mache. Ist aber auch gleichzeitig traurig, weil ich die Videos ja für beide Geschlechter mache. Also an alle Damen hier im Raum, abonniert mich mal bitte, ihr müsst mich auch nicht angucken. Aber aufsache ich bekomme mehr weibliche Zuschauer. Aber das ist natürlich ganz wichtig, seine Zielgruppe zu kennen und zu wissen, was machen die so, was denken die und in welchem Altersspektrum sind die unterwegs. Und wenn ihr euch jetzt vorstellt, so ein Politiker hat so einen YouTube-Kanal, dann sieht er natürlich auch genau, wer sind meine Zuschauer. Und kann dann da ganz speziell an die gerichtete Inhalte rüberbringen. Das ist sonst für Politiker in der Form nicht so einfach. Wir haben also inzwischen so ein bisschen ein Gegenüber von klassischen Medien, ARD, ZDF, noch ein paar andere hier genannt. Und neuen Medien oder dem neuen Medium YouTube. Wem würdet ihr denn eher vertrauen? ARD, ZDF und anderen oder Leuten, die bei YouTube unterwegs sind? Ich finde, man muss beides anschauen, sich dann selber eine Meinung bilden. Und man sollte nicht hundertprozentig auf eine der beiden Seiten vertrauen. Beide an Kurs und Minus. Okay. Ich finde, es ist auch immer wichtig, darauf zu achten. Durch wen und Medien, wo dann ein Kanal betrieben wird. ARD, ZDF sind staatliche Beispiele und dass die eben nicht unbedingt Inhalte wiedergeben, die gegen die Regierung sprechen, ist auch selbstverständlich. Da muss ich kurz was klarstellen. Auch aus eigenem Interesse. Mein Kanal ist auch öffentlich-rechtlich. ARD und ZDF sind nicht staatliche Medien. Die werden finanziert durch Rundfunkbeiträge von den Bürgern. Also es gibt kein Geld vom Staat für ARD und ZDF. Es sitzen zwar Politiker in den Rundfunkräten, was man tatsächlich als problematisch ansehen kann. Aber die haben keinen Einfluss auf die Inhalte. Also mein YouTube-Kanal, da hat noch nie ein Politiker mir gesagt, was ich da zu tun und zu lassen habe. Es haben sich schon Politiker gemeldet, die nicht einverstanden waren mit dem, was ich gemacht habe. Ich sagte, das ist euer Pech. Also letztendlich bin ich da wirklich unabhängig. Es ist ein von den Bürgern des Landes finanziertes Mediensystem. Natürlich kann man sagen, kritisch wieder das Geld eingezogen wird und so. Aber tatsächlich ist es nicht staatlich anders als zum Beispiel in Italien oder Russland. Da werden öffentlich-rechtlich hier heißen die dann gar nicht, sondern werden die staatlichen Sender vom Staat auch finanziert. Das ist bei ARD und ZDF anders. Aber du hast natürlich schon recht mit dem Punkt, dass auch Politiker durch die Rundfunkräte unter anderem dann Einfluss ausüben können. Aber eher auf strukturelle Dinge oder wer wird jetzt Chefredakteur oder so. Und da würde mich mal interessieren und das ist so der letzte Punkt, den ich gerne mit euch diskutieren würde. Es gab ja Forderungen auch in der Politik. Annegret Kramp-Herrenbauer hat es angesprochen, dass man auch YouTuber, Influencer generell beschränken sollte, wenn sie sich über politische Themen äußern. Vor allem vor Wahlen. Da gab es dann so Vorschläge eine Woche vor Wahlen, dürfen keine Wahlempfehlungen mehr ausgesprochen werden, auch im Netz. Was sind eure Meinungen dazu? Ist so ein YouTuber, der die gleiche Reichweite hat wie ein Fernsehsender anders zu behandeln oder sollte es da gleiche Regeln geben? Ja, so aus gleichrechtlicher Grundlage haben wir in Deutschland die Meinungswahl. Da kann man das praktisch so ein bisschen widersprechen, wenn man da dann sagen würde, das wäre jetzt alles eingeschränkt auch auf YouTube. Also finde ich eigentlich so eine gute Idee. So ein Argument, was immer wieder dagegen gebracht wird, ist, dass Leute sagen, naja, wenn du einen eigenen Fernsehsender hier starten willst, dann musst du erstmal eine Lizenz beantragen. Du wirst dann überwacht von der Landesmedienanstalt des jeweiligen Bundeslandes und es wird geprüft, ob du dich an presserechtliche Grundsätze hältst. Wenn du einen YouTube-Kanal startest, kannst du unter Umständen mehr Leute erreichen als mit einem Fernsehsender und unterliegst gar keinen Regularien. Da sagen manche, okay, das ist irgendwie ein bisschen ein schiefes Bild. Aber da letztendlich die Frage an euch, wir haben es ja so ein bisschen für und wieder abgewogen. Wer von euch sagt denn, wir brauchen neue Regeln, Regeln, die für klassische Medien gelten, sollten auch für Leute im Netz gelten, die eine bestimmte Reichweite haben? Wer wäre dafür, dass sich da was ändert? Okay, und wer wäre dagegen? Vielleicht mehr und die anderen enthalten sich wahrscheinlich dann. Ja, da seht ihr schon, das ist wirklich eine schwierige Diskussion und ich glaube, die ist auch noch nicht am Ende. Also da wird es bestimmt noch das ein oder andere Gesprächsbedarf geben. Also immer kritisch sein, immer selber nachgucken und niemandem trauen im Internet. Mir erst recht nicht. Und wenn es um Schulthemen geht sowieso, weil sonst kriegt ihr am Schluss eine schlechte Note. Das wäre natürlich auch nicht gut. Und ja, bleibt da einfach kritisch, würde ich sagen. Sonst will ich aber eure Pause nicht noch weiter stehlen. Danke euch für die Aufmerksamkeit, dass ihr so toll mitgemacht habt. Ich fand es sehr interessant, weil man redet darüber ja sonst nicht so und dass man auch so eine Meinung von ihm bekommen hat. Was mir sehr gut gefallen hat, war, dass er das Thema, finde ich, sehr interessant gestaltet hat. Mir hat es gut gefallen, dass er auch persönliche Einblicke gegeben hat, also dass er seinen eigenen Kanal da vorgestellt hat. Und dass er das Ganze ja sehr anhand von Beispielen aufgezogen hat. Ich fand die Stunde von Mirko sehr gut. Ich fand es auch sehr interessant, weil eben diese Themen nicht immer im Unterricht so besprochen werden oder angesprochen werden, weil die Lehrer halt mit einer neutralen Meinung wirklich daran gehen müssen. Und es ist dann manchmal schwer, auch da eine Diskussion mit den Lehrern zu führen. Ja, ich würde sagen, ich gebe ihm eine Eins bis Zwei. Ich würde Mirko eine Eins bis Zwei geben. Ich würde Mirko für seine Stunde eine Eins bis Zwei geben. Einfach weil er es auch anschaulich dargestellt hat alles und es gut verständlich war für jeden, denke ich. Es war super spannend. Also die Leute waren wirklich aufmerksam dabei. Zumindest hatte ich den Eindruck, dass sie aufmerksam waren und haben mitgemacht, mitdiskutiert. Und die Zeit ging so schnell rum. Also ich dachte, wir sind jetzt gerade 20 Minuten und dann waren schon 45 Minuten vorbei. Zum Glück konnte man ein bisschen überziehen. Also war eine interessante Sache für mich. Unbedingt, ja. Also natürlich wieder hier in meiner alten Schule, aber auch an einer anderen Schule. Ich finde es super spannend. Ich bin selber auch häufig an Schulen unterwegs tatsächlich. Und das macht total viel Spaß, mit den Leuten zu diskutieren, weil das sind eben auch meine Zuschauer unter Umständen. Und von denen mitzubekommen, wie sie denken, was sie gut finden, was sie schlecht finden, ist für mich total wichtig. Und deshalb ist es immer eine schöne Erfahrung. Ich bin selber.